Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wisst es, ich bin kein Anlage- oder Finanzberater und habe natürlich keine Glaskugel vor mir stehen. Ihr habt es vielleicht schon im Titelbild bei YouTube gesehen. Was würde passieren, wenn AMC verkauft wird? Damit ist nicht gemeint, dass wir als Apes, wir als Anleger verkaufen, sondern das Unternehmen AMC verkauft wird. Eine sehr interessante Frage, finde ich. Und bevor ich auf diese eingehe, noch einmal kurz zum Chart. Heute der neunte Tag in Folge, in dem wir einen roten Tag aktuell sehen, minus 5%. Und es gibt auch sehr viele Spekulationen oder Theorie über diese Put-Optionen. Da komme ich auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber es ist jetzt schon der neunte Tag in Folge, dass wir im roten Bereich sind. Jetzt bei 17 Euro knapp. Das tut schon ordentlich weh. Auch mein Depot zu letzter Woche ist wieder um einige Tausende von Euro geschrumpft. Aber gut, so ist es leider. Und in Dollar 18,50 Dollar minus 6% und Volumen. Ja, absolut wieder sehr, sehr unterdurchschnittlich. Und sie haben auch wieder eine Million Aktien zum Ausleihen gefunden. Gebühr auch minimal, gar nicht nennenswert. Aber kommen wir jetzt einmal zur Frage von einem Ape. Und die finde ich wirklich sehr interessant. Und zwar, was ist, wenn ein Käufer auftaucht? Also er schreibt ja hypothetisch gesprochen, was wäre, wenn jetzt AMC ein Übernahmeangebot bekommen würde? Und würde jetzt zum Preis pro Aktie von 50 Dollar anbieten? Was würde passieren? Und da finde ich ein Kommentar hier drunter sehr, sehr interessant. Und zwar ein Buyout, als dass jemand ein Unternehmen kauft, ändert erstmal überhaupt nichts. Aber was würde passieren, wenn der Börsenticker sich ändern würde? Denn in diesem Fall müsste eben alle Aktien zurückgerufen werden und neu ausgegeben werden. Das heißt, von jetzt auf gleich würde der Hedgefonds alle Aktien, die ansatzweise irgendwie unterwegs sind, hier zurückgegeben werden müssen. Das ist so. Ich habe mich darüber informiert. Das ist tatsächlich so. Alle, egal ob synthetische, im Darkpool befindliche oder reale Aktien, alle müssen zurückgegeben werden. Es muss auf 0 gesetzt werden und dann wird unter den neuen Börsenticker eben neue Aktien ausgegeben. Das ist in meinen Augen die schnellste Möglichkeit, ein Morse zu bekommen. Jetzt muss man sich vorstellen, Adam Aaron, er gründet einfach eine zweite Gesellschaft, kauft AMC auf dem Blatt Papier und würde eben einen neuen Börsenticker machen. Ob jetzt ein neuer Börsenticker so einfach ist, das konnte ich jetzt nicht so herausfinden. Das ist wahrscheinlich eher komplexer über Anwälte und so weiter. Aber es ist auf jeden Fall in meinen Augen eine sehr interessante Sache. Ich glaube persönlich, und das ist das Blöde daran, nicht daran, dass das passieren würde. Aber es ist auf jeden Fall eine logische Ansichtssache, wo ich sage, ja, das ist ein Punkt, der von heute auf morgen die Hedgefonds richtig im Bredouille bringen könnten. Und ich würde es machen, gar keine Frage, hätte ich jetzt ein paar Milliarden übrig auf dem Konto. Also ich würde wirklich so machen, Adam Aaron würde in kürzester Zeit hier wirklich richtig, richtig, richtig Kohle auch verdienen. Und dementsprechend eben AMC sofort von jetzt auf gleich auch schuldenfrei bekommen. Also sehr interessante Theorie. Es ist eher unwahrscheinlich, dass es passiert, gar keine Frage. Aber ich finde, noch kein Mensch hat sich hier darüber wirklich jemals schon Gedanken gemacht. Und deswegen wirklich Hut ab an diesen Ape. Ja, dass man überhaupt auf so einen Gedanken kommt. Man ist jetzt schon lange dabei. Und kein Ape würde hier auch irgendwie in meinen Augen was dagegen haben. Weil es würde wirklich allen von uns hier zugutekommen. Ja, und dann gibt es ja hier die Theorie über die Put-Optionen. Und zwar, dass halt entsprechende Finanzinstitute durch Put-Optionen und Call-Optionen natürlich auch Geld verdienen. Aber hier geht es im Prinzip darum, was wäre jetzt, wenn wir entsprechende Put-Optionen kaufen würden. Und der Algorithmus von zum Beispiel Citadel denkt, hier geht jetzt ganz viele in den Markt rein mit Put-Optionen. Jetzt mache ich Call-Optionen auf. Das heißt, auf steigende Preise. Und dementsprechend könnte es wirklich nach oben gehen. Was ist das Problem an dieser Geschichte? Es müssten sehr viele Put-Optionen gekauft werden. Das ist möglich. Kommen wir aber zum nächsten Problem. Wir müssten eine Marktabsprache durchführen. Und das ist natürlich nicht erlaubt. Das will ich so nochmal betonen. Es ist nicht erlaubt. Aber es ist wieder eine zweite Theorie am heutigen Tage, meine Freunde. Das wirklich eine Möglichkeit gibt, auch wenn man durch diese Put-Optionen eigentlich genau auf fallende Kurse wettet. Aber durch den Algorithmus, der wird in Anführungsstrichen getäuscht, geht dieser und entscheidet sich auf Call-Optionen. Und dann müsste man eben in die Put-Optionen relativ schnell schließen können. Und der Algorithmus würde, ja, durch einen Domino-Effekt würde es hier richtig nach oben gehen. Sehr interessant. Guckt es mal bei Frank Nitz einmal an. Er hat das sehr, sehr gut erklärt. Ich will das jetzt hier nicht alles immer vorlesen, weil, ja, ich glaube, kurz und knapp erklärt. Interessiert die meisten einfach nur. Aber lest es gerne einmal nach. Ja, Gary Gensler. Ich hatte vorgestern oder vorvorgestern noch, oder die vergangenen Monate immer gesagt, ich glaube immer noch an das Positive, dass im Hintergrund irgendwas läuft. Ja, wenn man solche Twitter-Beiträge dann von ihm liest, da denkt man auch, ja, will der uns eigentlich für blöd verkaufen. Aber man sieht hier auch mal diese entsprechenden Unterschiede. Und zwar täuschen sie, also es ist automatisch deutsch übersetzt, ob er uns täuschen will. Und ein anderer sagt im Prinzip das Gegenteil. Und zwar, er sagte, oder er schreibt, sie brauchten mehr oder weniger als zwei Wochen, um uns von 30 Dollar runterzudrücken. Wenn man entsprechende Regeln nicht gehabt hätte, hätten sie es auch an einem Nachmittag von 13 auf 15 Dollar gebracht. So wie im vergangenen Jahr innerhalb einer halben Stunde von 40 auf 20 Dollar. Ja, kann man jetzt so nicht wirklich belegen. Er schreibt noch, die DTCC-Regeln funktionieren also langsam. Ja, sei mal dahingestellt. Also ich glaube, die Market Maker, die Hedge-Chance, die wissen schon, in welchen Preis-Rangen sie uns halten können oder müssen, indem eben es für sie nicht zu viel Geld kostet, um uns zu demotivieren. Und natürlich, um nicht irgendeiner Gefahr auszugehen, dass hier irgendwie ein massiver Kursanstieg wieder erfolgt. Also da sitzen Profis, gar keine Frage. Aber es ist auch in meinen Augen sehr interessant. Aber ich glaube, mit dieser Regel, das hat jetzt hier nicht wirklich etwas zu tun. Ja, Ortex meldet 20,69% Short-Interest, ausgeliehene Aktien 136 Millionen und Utilization weiterhin bei 100. Dann nochmal die Nachricht an alle, hier sich einmal zu registrieren. Und zwar die Petition, dass eben AMC, GameStop, Payment for Order Flow verboten werden soll. Und AMC und GameStop auch entsprechend aus dem Darkpool ausgeschlossen werden soll, damit eben nicht der Handel über den Darkpool stattfinden kann. Und es sind mittlerweile wirklich extrem 55.000 Unterschriften gesammelt worden. Also das ist schon wirklich ordentlich. Hier unten, man sieht die ganzen Namen. Also das ist, ja, der absolute Wahnsinn. Und hier, und da muss ich ganz ehrlich sagen, ich klopfe mal ein bisschen auf die Schulter gerade. Einfach aus dem Grund, weil letztes Jahr, ich habe es ganz, ganz oft gesagt, dass hier GameStop und AMC man sehr stark miteinander vergleichen kann. Und dann gab es auch gewisse Leute, ach Alex, das läuft überhaupt nicht identisch. Ja, hier mal wirklich ein Kurs. Und hier soll man einfach raten, welcher Kurs ist welcher. Also für mich wäre es jetzt so nicht möglich zu sagen, welcher Kurs ist welcher. Außer mit dem Preis, äh, mit der Linie hier Preis. Also es wird wahrscheinlich GameStop sein, die lila eine Linie. Und, ja, ist natürlich in meinen Augen absolut identisch, was hier passiert. Dann Kate Striker, eine kurze Nachricht. Sie will ein großes Plakat, ähm, aufhängen. Sie gibt noch nicht wirklich Informationen so richtig darüber. Aber ich finde es sehr interessant, dass sie hier wieder eine Aktion startet. Und auch dieser Ape schreibt, der, wenn er ein böser Hedgehog wäre, würde er den Preis so niedrig wie möglich senken, kurz bevor steuernfällig wären und kurz bevor eine Meme-Dividendenzahlung erfolgt. Also sehr interessant, natürlich, kurz bevor steuernfällig wären. Einfach aus dem Grund, ja, man hat 10.000 Euro im Depot, plötzlich muss man irgendwie 3.000 Euro Steuern nachzahlen und der Kurs fällt, 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 fällt und plötzlich sagt man, äh, Mist, ich brauche jetzt irgendwie ganz schnell Cash, um meine Steuern bezahlen zu können und dementsprechend würde hier dann auch verkauft werden. Also so weit muss man wirklich denken. Und Hedgehogs sind ja auch tatsächlich Schachspieler. Die denken nicht nur einen Schritt nach vor, sondern wirklich 5, 6, 7 Schritte. Und das ist natürlich, ja, sehr gut. Aber sie haben natürlich auch sehr oft andere Möglichkeiten als wir kleinen Apes. Nichtsdestotrotz, die Masse macht natürlich auch sehr viel aus. Ja, auch hier wird darüber geschrieben, was sind die 10 meisten, äh, ja, Finanzinstitute Hedgehog, die im Prinzip hier auf Short bei AMC sind. Äh, es wird auch geschrieben, ja, sieht, hatte gerade mal an dritter Stelle, Simplex erster und man sollte sich doch mal mehr auf die ersten auch konzentrieren. Dann gibt es aber in den Kommentaren, die schreiben, es ist gar nicht 100% klar, wer ist hier an erster Stelle, weil gar nicht alle Informationen hier preisgegeben werden. So sehe ich das auch. Es gibt viele Webseiten, die geben viele Informationen, aber vieles ist halt auch einfach nur geschätzt, beziehungsweise freiwillig gemeldete Daten. Aber nichtsdestotrotz, selbst wenn Cita Day natürlich unter den ersten Dreien. Und hier hat ein Ape den Kurs vom letzten Jahr auf den jetzigen Kurs übertragen. Ist natürlich wieder viel Spekulation und auch wieder Theorie. Aber wenn man sich das genauer anguckt, könnte man wirklich vermuten, es ist der gleiche Kursverlauf und sollte jetzt so allmählich hochgehen, beziehungsweise richtig hochgehen. Ja, ich würde es auf jeden Fall freuen. Und dann auch wieder für alle, die Chartanalyse mögen, hier im Prinzip gezeigt, Cap & Handle. Ich denke mal, viele kennen es von euch. Und ja, sollte eben der Kurs auch entsprechend steigen. Und in diesem Sinne, Kopf hoch. Also ich stecke nie meinen Kopf irgendwie in den Sand, egal ob privat, geschäftlich oder hier bei AMC. Ich denke immer positiv im Leben. Und dementsprechend schönen Abend euch, schönes Wochenende. Ich habe nächste Woche Urlaub und genießt auf jeden Fall das Wochenende.